ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge wahlheim so werden wir doch nachdem alles vorbereitet haben eine nacht bei teil verbracht in den großen drachen betten gemütlich 17 habe ich hier hier wo ich stehe 14 stell dich mal dahin wo ich sie 17 irgendwas schlägt von da drüben darüber dass du auf der anderen seite dich was mit zwei mieter dagegen stehst haben auf jeden fall jetzt ausgeruht ich hoffe wenn wir anfangen zu kämpfen immer noch lang genug ja alle drei eier sind platziert wunderbar und verhakt ja ich bin ich bin ein bisschen nervös ich bin auch nicht nur du das heißt wenn wir bei ihr auf dem altar stehen also ich werde jetzt erst mal essen erst mal das bett anfassen das ist ganz wichtig genau ganz wichtig das bett anfassen ja okay dann werde ich jetzt was futtern das kann ich jetzt leider noch nicht und dann stellen wir uns gleich da schön drauf zusammen gemeinsam und moment das gegen das und hier drin in die kiste habe ich hier noch holz ich habe noch holz genau ich habe extra noch ein bisschen holz mitgenommen und hier noch mal eine notfallkiste hinzustellen weil wenn man stirbt muss man ja raus in den schnee um seinen scheiß zu holen ich komme ich bin dir las ich bin ja ich habe genug ich habe ich habe auch genug ich habe bloß nicht so viel dann kann ich noch mal essen sehr gut schön immer vor dem kampf gut dann stellen wir uns gleich zusammen ich versuche nahe fernkampf ja und dann gleich aktivieren wir ich war ich möchte von der screenshot davor machen guckst du mich mal wieder an spring mal gut okay dann aktiviere ich 12 also ja 1 2 3 tja pass mal auf soll ich dir mal richtigen hasen zeigen da oben kommt sie erst mal gleich vorbei geschossen ja alle beide die ist hammer hübsch hab sie getroffen jo mädchen du bist aber eine hübsche murida wie schmecken dir meine nadelpfeile baby ich höre ambient musik jetzt irgendwo gelandet wo wir sie nicht sehen oder ich bleib hier die sind ach so das ist nur zerbrochen alles gut wo ist denn die ihr balken ist auch weg ja hä ist das jetzt alles despawned oder what despawned mal ziemlich sicher nicht da drüben in der ruine ist da ist sie da ist sie ja hier 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 hängt sie die saß da auf dem boden ich muss mal die kleine krähe da weg machen die ist cool ich hätte gerne ihren schädel pass auf sie schießt auf die sie hat mich auch voll erwischt boah lecker oh gott die ist vor mir ja also die die tipps sagen man soll den platz ein wenig ein ebnen die kleinen sind ein bisschen stressig hier gerade naja wir haben hier immerhin schon ersichtlich schaden zugefügt ja aber doll ist das jetzt nicht aber man kann den schaden erkennen ja ich finde die steht da gut da kann sie auch gerne bleiben die blöde kuh ich gönne ihr meine nadelpfeile oh ja ja sei bloß vorsichtig die hängt da unten sie geht in deiner innen doch nicht alles gut da schon wieder so eine kleine wurst sie fliegt hoch tja vergiss es mich triffst du nicht also noch nicht oh die ist direkt vor mir die hässliche wo ist denn die jetzt äh da unten vorm altar wird aber sie ist da weg machen sollen ja habe ich auch eben gedacht die ist doch relativ klobig ne ach und da unten kommt herr panzermann ich dachte mir schon ich hätte was gehört ich bleibe hier ganz weit von ihr entfernt kann davon ausgehen oh ne nicht zu mir kommt bitte nicht zu mir sie hebt ab oh ne nicht wieder zu mir du hässliche die ist nicht hässlich die ist so mega schön oh ne die will mich stefan oh ne die hat bei mir abgelegt eh du mädel das ist kein kampf zwischen dir und mir das ist ein kampf zwischen dir und stefano äh wo sind da dicke panzer oh man oh man oh man oh man oh 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 Kann man ihre Angriffe blocken? Ja. Okay. Und sie schießt. Vorsicht. Äh, was denn mit dem... Boah, da ist noch eine kleine Kreatur. So, wo ist das kleine scheiß Vieh da? Oh, ich habe nicht mehr viele Pfeile. Ich habe mir extra viele Pfeile mitgenommen. Okay, sie hockt wieder hier oben. Ja, ich würde gerne einmal die kleine wegmachen. Wow. So, wo ist das? Ich glaube, da kommt schon wieder die nächste kleine. Ja, es sind zwei. Okay, ich habe doch geblockt. Oh, sie ist halt scheiße. Bin unter ihr durch. Okay. Okay. Vielen Dank. Ich sehe nichts wegen ihren Flügeln. Ich will sie eigentlich gerne weghaben von unserem Häuschen. Ich komme nicht hoch, weil mir die Ausdauer ausgeht. Hm. Oh. 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 sie das macht dann ist es eigentlich relativ gut komisch dass sie so viel auf dem boden hängt also das hätte ich ja überhaupt nicht erwartet wer so dick wie die ist kann ich nicht lange fliegen ist halt doch mehr osterhase als drache da haben sie aber gleich ja sie hat mich auch zweimal getötet ich nicht ich habe halt immer versucht abstand zu halten und auszuweichen wir haben sie gleich so kommt und letzter pfeil ja baby wo ist jetzt der dicke dildo mann wo ist ihr scheiß kopf nicht weg rollen trophiel handwerkstisch drachenträne hast du ihre ihren schädel habe ich den rest habe ich eingesammelt darf ich gleich nur einmal den kopf anfassen gefrorene drachenträne habe ich bekommen das waren die kleinen das sind die großen die drachen tränen habe ich jetzt drei stück ich habe sieben in der tasche wir gehen jetzt erst mal zur base zurück und wo war jetzt der pimmelkuhle der hüpfte irgendwo im schneesturm rum der kam so wie ich drüben gestanden bin wo ich das erste mal gestorben bin kann der von unten links langsam in ihre richtung das heißt hier am boden es ist echt schneeweiß hier ich pack mal kurz tränen damit rein ich will nur einmal ihren kopf anfassen liegt drin aber ich möchte auch diesen kopf haben und ich habe meine guten pfeile alle verschleudert alle weg ja ich habe jetzt noch sechs von den giffen die du mir gegeben hast und halt noch über 100 von den bronze pfeilen und massenweise stein stein hat man da drüben schon angefangen gehabt ja dann willst du nicht die sachen gleich schon mit mitnehmen den kopf also ich nehme jetzt fünf von den tränen raus ja ich muss ja jetzt sowieso mehr oder weniger zurück und das ding an die wand hängen also an die an die opferwand ja ich komme damit aber ich will sie auf jeden fall noch einmal platt machen heute ja wir machen sie doch mal für dich platt damit sie an die wand hängen kannst mal schnell schmiede reparieren mein bogen ist ziemlich kaputt gegangen wobei ich eigentlich fand dass man wirklich zwischen hals und flügel bei ihr steht und du immer mit gehst ja da probiert sie sich zu dir hin zu drehen aber du bist du dich dran dass er dich mit der klauer erwischen könnte und bis zu weit weg von ihrem kopf dass er sich mit dem atmen erwischen könnte dann hast du eigentlich relativ gut ausgekontert und kannst wirklich mit dem schwert drauf hauen womit man doch recht ordentlich schaden an ihr macht also ein bogenschuss macht schon etwas mehr schaden als ein schwertstreich aber der zeit wo du jetzt also mit mit meinem bogenskill in der zeit wo ich da zweimal mit dem bogen drauf schießt habe ich halt locker dreimal zugeschlagen also ich finde mit mit meinem bogen und den nadelpfeilen hat sie gut was weg also hat sie auch nicht gekriegt kann jetzt nicht so gut weil ich keine nadelfeld dabei hatte weil davon habe ich nur zehn stück wenn überhaupt die sind schon echt gut ich guck mal vielleicht kann ich noch welche machen mal schauen mal schauen ich frage mich halt was für ein bach sie ergibt das können wir dann gleich ausprobieren beziehungsweise eigentlich wird er uns glaube ich angezeigt man muss jetzt nichts setzen um dann zu wissen ob man den haben möchte oder nicht was ist der letzte boss für ein typ das sieht ja aus wie ein skelett ja beim segeln wird dauerhaft rückenwind gewährt das wäre doch was für dich ja würdest du dann auf die eichentür verzichten nee für 5 für knochensack der ist schon hammer gut für den boss weißt du also jetzt wenn wir nochmal wenn wir jetzt gleich noch mal hingehen würde ich nicht auf den knochenwannen verzichten und auch nicht auf eichentür aber so wenn man mal so unterwegs ist man schnell hier rüber kommen um ihren dings mitzunehmen das ist doch super ja beziehungsweise man kann sich ja ich glaube ich glaube man muss ja gar nicht hierher du kannst ja den bach ja glaube ich auch bei denen holen die du dir an die wand gehängt hast oder geht das nur hier das geht nur hier das geht nur hier ok ja gut dann müsste man tatsächlich herkommen um sich dann eben aber die schöne galerie ist das ist das mega hübsch ich weiß ich frage mich ich weiß halt nicht wie er aussieht die sehen schon alle genauso aus wie sie aussehen so na ja gerade er und sie halt auch also ich weiß wie er aussieht ich will ja ich will es nicht mehr so bis gelett äh so halb hm dann äh also er ist er ist tatsächlich äh schwierig wobei wobei die drachenmutter wurde auch als sehr schwierig verkauft sie regulär zu machen ähm der stand aber nicht ja äh ich hab's halt zweimal verkackt einmal wegen den kleinen mistviechern und einmal weil ich gedacht hab ich kann den schaden weg tanken mhm ja wenn wenn man also sie hat mich zweimal gebissen aber da sie hat nicht viel schaden gemacht an mir ja ne bis schaden geht also schnauze da oben ihr hässlingen naja ich würde mich ja nicht mit zwei drachen tötern anlegen ich wusste dass das kommt ja vor dem nächsten mal würde ich aber auch gerne wieder schlafen aber kappi ist wieder da müssen wir gleich mal abschnacken ja es ist aber jetzt ist klar es ist äh wo die reise hingeht hm ich freue mich ich meine ich hab zwar dann noch die skilodge zu bauen äh das werde ich auf jeden fall tun wir können eigentlich noch ein portal setzen und mitnehmen und nochmal in äh den schwarzwald in die hütte rein stellen und dann kann man ja nach und nach drüben in der ebene da bauen um wenigstens ähm anzubauen ich weiß nicht ich weiß nicht wie groß die andere ebene ist das eine stück ist ja gleich kurz vor 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 den das ist egal wie groß hauptsache wir können da unsere ähm sachen samen und alles oh ich mach zu du machst wieder auf lull aber da haben wir ja jetzt schon äh nein die 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 hütte das schiff ist da und da ein bisschen was zu warum nicht äh nur wenigstens um felder zum raiden ja nicht ja für felder und so weiter hat kappi sein dorf extra gebaut ähm auch an einem kleinen stück ebene ja aber da musst du trotzdem ein ding setzen da musst du trotzdem ein ganzes stück runter laufen ja da muss man trotzdem auch was bauen das ist schon klar aber musste hier ja jetzt auch ja und ich bringe eben den scheiß nach hause bin gleich wieder da ja und und kappi hat das ja extra äh vorbereitet ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht wie wie ich war noch nicht da also von dem her kann ich jetzt nicht beurteilen ähm wie gut das ist was er gebaut hat kann mir einer von euch etwas zu essen borgen ich habe ihm das letzte mal geborgen äh jetzt bist du dran momentan etwas schwierig wegen boss kämpfen ach stimmt oh shit verkehrte kiste du hast recht stimmt ich habe zwar jetzt bisschen was vorbereitet mit kochen aber wie viel davon jetzt da ist dass ich jetzt teilen kann wenn wir den boss jetzt dann nachher aufkämmen gleich nochmal machen wollen das äh kann ich jetzt so nicht sagen er sollte doch vor zwei wochen schon oder nicht sich Felder anlegen eigentlich oder nicht eigentlich sollte er sich bereits Felder anlegen und eigentlich weiser drum ja ich muss jetzt erstmal wieder die guten Pfeiler machen das da rein das da rein das fleisch kommt drüber jetzt auch fast nichts weil ich im Prinzip alles verkocht habe was ich so hatte ich muss jetzt auch erstmal wieder farm gehen bevor ich äh bevor ich hier in rauen mengen essen zubereiten kann weil es ist fast kein fleisch mehr für die für die äh ja und für neue würstchen da brauchst du überall fleisch für muss erst jagen gehen ein bisschen was habe ich doch aber wie gesagt vorm bosskampf teilen ist jetzt schwierig ja dann schreibe ihm das schon habe ich schon ach ja und das haus wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen da haben wir jetzt also dass das neue haus wie es mit den türmen fertig gebaut wurde da ist jetzt natürlich die schwierigkeit dass jetzt dunkel ist dann lass uns doch nochmal hier schlafen oder eigentlich mal ich gehe jetzt schlafen du gehst schlafen dann probiere ich das jetzt auch mal mit schlafen gehen hier ist überall wieder das harz ausgegangen ich muss eigentlich auch mal wieder harz fahren gehen nö wieso du du wirst ja nicht 24 7 drauf wenn ich 24 7 drauf wäre hätte ich kein harzproblem ja ihr habt kein holz äh kein feuer an so dann schauen wir mal ob das mit dem schlafen funktioniert ich lieg schon eine weine ja ich auch hast du kapi angeschrieben gehabt nee es ist blöd weil dann muss ich immer erst an mein handy hier hätte ich in einem steam müsste ich einfach nur shift tap machen oh nice ah er schläft super oder er ist aufgegangen das sieht man ja leider nicht also müssen wir jetzt auf die karte gucken er ist noch da aber dann war er tatsächlich im bett sehr gut super da kann ich eigentlich jetzt noch kurz das haus zeigen du bereitest dich irgendwie wieder vor jetzt hier gell ich komme jetzt erstmal zu dir rüber aber ich hoffe dass er jetzt langsam mal seine rüben und karotten nachregeln ah warte nee dann kann ich ja mein feld nochmal wenn du jetzt noch kurz das haus zeigst ja ich geh nochmal zurück also ich glaube hier vorne war es ja schon soweit fertig gewesen wir wissen hier hinten die türme waren noch ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden da so ein rundes spitzdach drauf zu machen einfach damit die kompletten räume die da unten drunter sind eben auch von dem dach geschützt sind weil flachdach zählt nicht als dach da regnet es durch so das heißt wir gehen jetzt hier einmal kurz rein es ist tatsächlich ich habe das im off fertig gebaut aber nicht fertig eingerichtet das mit dem einrichten das machen wir dann zusammen irgendwann mal in einer folgenden folge so also hier draußen sind meine wölfe schön mit einer steinwand eingefasst hier ist ein ja raum wo eben werkbank schmiede und gegebenenfalls auch der der stein mit hin könnte wobei den könnte ich theoretisch auch hier einstellen hier soll dann eine brauerei rein und ein paar regale zum bisschen was hinstellen dann haben wir hier ein turm zimmer da passt ein großes bett rein und läufer und vorhänge und fackeln und hast du nicht gesehen also das müsste eigentlich alles rein passen beziehungsweise hier auch in die umgebung kommt dann zwischen die großen stühle hin also hier sehen das zweite turm zimmer dann haben wir hier ein drittes turm zimmer warum da gehopst werden muss um da rein zu kommen ich weiß es nicht die tür und treppe und so steht eigentlich genauso da wie alles andere auch immer das gleiche haben wir dann noch einmal hier drüben turmzimmer also hier oben eben die galerie was wir hier hinstellen das weiß ich auch noch nicht kommen mit sicherheit ein paar teppiche und ein paar kohlepfannen rein dann haben wir hier einen schönen eben den schönen balkon mit übersicht über das was wir so bisher haben mit ausblick aufs feld da hinten sind die schweine die sind hinterm Bauernhaus die sieht man jetzt hier nicht so dann ist hier theoretisch noch mal ein turmzimmer lagerbereich hier vor das loch kommt eine lagerkiste davor irgendwie damit man das nicht mehr sieht so und hier ist die treppe nach oben und ich habe weil ich die steilen treppen hasse habe ich mit den schmalen treppen gebaut und das nimmt so viel platz weg dass ich die mittlerweile auch hasse also zumindest hier in dem turm weil da müsste der turm quasi doppelt so breit sein also einen doppelt so großen durchmesser haben damit man mit den treppen mit den flachen treppen hier vernünftig hoch bauen kann ohne dass man da eine wendeltreppe draus baut weil bei wendeltreppen das wissen wir aus dem sumpf da muss man auch überall hopsen ist also auch nicht geil naja aber vielleicht kommt ja irgendwann dieses bau update vielleicht haben sie sich da ja noch was einfallen lassen so lösungstechnisch man kommt jetzt hier momentan man kann alles begehen es ist definitiv auch für die zimmer und das war ja der hintergrund für die zimmer und für die einrichtung mehr platz als da drüben so dass wir dann hier diesen theoretisch maximal möglichen erholt bonus von 17 für alle zimmer hinkriegen das wäre mir ein seelisches fußbad so aber jetzt habt ihr dann auch noch gesehen was ich fertig gebaut habe das hatte ich euch ja eigentlich in der letzten baufolge versprochen dann sind wir einfach losgefahren und noch nicht mal angekommen da habe ich bloß das Schiff kaputt gemacht und ja jetzt haben wir den osterhasen verprügelt also nächstes jahr gibt es keine eier mehr ja hoffe ich hat euch die folge gefallen ihr seid ein bisschen zufrieden mit meinem bauwerk ich bin der meinung ich sollte größer bauen allgemein weil es wird doch wieder sehr eng vielleicht ein bisschen größer aber das erfahrt ihr dann in den nächsten folgen ich muss einen eben wieder was hinstellen und diesmal ist es tatsächlich muss nicht kann in den ebenen muss wieder ein gesichertes örtchen her in diesem sinne macht es gut bis zum nächsten mal bleibt gesund und tschüss 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 tschüss